Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und der Kopf fehlt. Er nennt sich selbst Schneemann. Er ist vollkommen wahnsinnig. Ich glaube, er hat es auf Frauen abgesehen, die er missbilligt. Wir wissen nur eins mit Sicherheit. Er spielt mit uns. Wir müssen ihn irgendwie rauslocken. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Er beobachtet uns die ganze Zeit. Baut Schneemäller, schneidet Dinge in kleine Stücke. Er provoziert uns. Wenn wir ihn nicht finden, wird das nie aufhören. Komm schon! Eine weitere vermisse. Wir übersehen irgendwas. Wir sollten zuallererst die Art und Weise feiern, die uns zusammengebracht hat. Er verheimlicht eindeutig etwas. Du kannst Puzzleteile nicht anpassen. Du hättest jede retten können. Hallo? Du hattest von mir alle Hinweise. Du kannst Puzzleteile nicht anpassen.